so servus wir müssen immer noch das gerät finden womit wir dieses komische tonband abspielen können wo war denn das? das war das, ne? im guter fall, sie erhält eine offenname zu dem Spieltap und Liberty aber wie spiele ich den scheiß ab? wo spielt man den scheiß ab? das ist jetzt eine sehr gute frage hm, ob der eine Sklave mir da weiterhelfen kann? oder die Jungs hier? ok, dann nehme ich hm, ich hab kein Schimmer ja, ich hab keine Schmerzen ja, ich hab keine Schmerzen ja, ich hab keine Schmerzen ich hab keine Schmerzen nicht nur ein paar Stiltraps ich nur soll mich selbst ok, dann ich hab nur die Schmerzen ja, ich hab das oh, ist egal die können mir anscheinend auch nicht weiterhelfen ah ja wo fände ich denn so ein kack Gerät mit dem ich so ein scheiß drecks Tonband abspielen kann? hm ich weiß es nicht, ich hab keinen Schmer hm 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 ich hab keinen Schmerzen, wo ich noch gucken soll ich war hier überall zerstörungsrennenarena ich hab keine Ahnung wisst ihr was speicher einmal rennstrecke ab und dann starten wir das kennen ich weiß nicht wo diese scheiß wie man diese scheiß Kalitze abspielen will meine Gesichter du erzählst nie ich werde mich nicht missen schweizer das muss man sein wiesker ich bin glücklich, dass die Gottfische endlich ausgingen von hinten kommt man da auch nicht rein Hä? Wo soll man so ein scheiß Gerät finden? Ich check's nicht. Ein Gerät finden, auf dem das Band abgespielt werden kann. Kann man das mit Poliak abspielen? Oh Gott. Kann ich das vielleicht herstellen? Ich hab keine Ahnung Leute. Ich hab keine Ahnung. Urwerkhuhn? Okay. Präparaturkipp, das kann man auch nicht. Unsere Smod? Nee, hier ist auch nichts. Hmm. Hab ich zufällig schon so ein Ding? Nee, hier hab ich auch nichts, ne? Was auf dieser komische Koffer? Was auch immer ich da machen muss. Sind noch sicher ein Inakletisierer? Das ist eine Präparation und synthetische Gehirn durchführen kann. Klingglöckchen, klinglinglinglingling, die Zollite blau. Das Elfenüberwachung koordiniert. Ey, hier ist auch nix, ne? Ey, Leute, ich hab kein Schimmer. Ey, ich hab echt kein Schimmer. Soll ich die Büffel hier mal platt machen? Vielleicht ist da hinten ja was. Wow, wow, wow. Das wird heftig. Ich hab echt... Ich weiß sonst nicht, wo ich noch gucken soll. Okay, das war nicht schlecht. Wo soll man sonst so'n scheiß Tom-Bomb-Hek? Oh, Radio. Wo flippt man da? Wo soll ich dann? Okay, ich lasse weg. Oops, bolligt. Wow Ich mach da nicht so viel Scheine. Die Bomben, hau ich eine runter. Oh, thank god that's over. These combats are killing me. A radio? Wo krieg ich ein fucking radio her? Scheiss Reparatur Kit. Brauch nichts. Hier ist auch nichts. Gehen wir hier noch mal gucken, weil diesen Burgerladen da bei den Payasses. Ansonsten stehe ich echt auf dem Schlauch. Ich bin hau. Da dürfen wir nicht dran, ne? Hey! Keine Täusche! Nein! Bostmann nur. Der Chorito liebt den Clown Burger. Das ist Clown Burger. Das ist der Chorito. Der Chorito. Risky Biscuits, Vincent. All right. Ich will all of you Payassos wie ein Clown Burger machen. Damit ich nicht alles hier machen. Every fucking day. Okay? Jetzt. Was macht ein Clown Burger, ein Clown Burger, ist wie Sie die Fleisch machen. Die Fleisch machen. Also, Wissen Beef oder Alternatives. As long as you follow this recipe. First, grind the meat. Then, add a pint of snake squeezins. A tube of toothpaste. A handful of chilis. And some of those mushrooms that grow out near the latrine. Mix thoroughly. Then let it rest in a warm, moist place for three days. Okay, hier ist anscheinend auch nix. Hey Leute, ich hab keinen Schimmer. Absolut kein Plan. Ich würde tatsächlich in dieser Folge hier einen Cut machen. Und ich guck mal im Internet. Ich hab grad echt keinen Schimmer. So, wir sehen uns jeden Moment wieder. Bis gleich. So Freunde, da bin ich wieder. Ja, ähm, es gibt ein Problem und zwar, ich hab kein Schimmer. Ich find auch tatsächlich für diese Mission bei Google nix. Obdem das Band abgespielt werden kann. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab bei Dingens nix gefunden. Bei Google, bei YouTube tatsächlich nix gefunden. I don't know, ich hab absolut keinen Schimmer. Ich weiß nicht, wie ich, äh, die Mission hier, wie ich das Ding abschließen soll. Ich hab keine Ahnung. Ich hab absolut keinen Schimmer. Aber hier war ja auch nix. Vor allem, was sollten die Cutangler mit dem Radio oder sowas zu tun haben? Ich check's einfach nicht. Keine Ahnung. Also, hier ist, glaub ich, auch nix. Aber hier ist auch nix, ne? Ich hab absolut nix gefunden. Ich hab auch keine, ich hab Suchanfragen angegeben. Oder nix gefunden. Keine Ahnung. Kein Schimmer. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Gerät finden, auf dem das Ding abgespielt werden kann. Ja, super. Frage ist jetzt nur, ist das in diesem Gebiet hier zu finden? Oder muss ich da irgendwie, äh, in die, äh, in die, äh, Zitadelle, oder, äh, Redmore High, oder, äh, komplett, ganz woanders hin? Weil hier steht ja noch nicht mal irgendwie ein, äh, Tipp oder sowas, ne? Wir sollten uns mit den Leuten in der Werkstatt der Namensammler unterhalten. Wir haben in der Namensammlermine ein altes Band gefunden. Der einzige Grund, warum jemand so etwas, äh, in einen Tresor verschließen würde, ist, dass sich darauf etwas von großem Wert befindet. Wir müssen nur einen Weg finden, um es abzuspielen. Ja, super. Ja, nur wie? Ich hab keine Ahnung. Tut mir leid, Leute. Ähm. Hm. Hatte ich denn nicht schon fünfmal durchsucht, hier? Hier ist noch eine Kack-Trempline. Oh, wow. Das ist ein Schlossknackung. Ein Schwerverlässer, Sie sollen auch die Kack-Trempline. Oh, wie! T seja, du brünen den Kack-Tremper hier am Juma-Count-Speed-Way als wir in den letzten рändlichen Erholen der Caktus-Cupion. Es hat aus Neck und Neck, wie eine Trempline solle Alisson, Rodriguez und Daryl Stone haben die Runde tätowiert, aber jetzt, Sammy Martinez ist auf den Highsitut, versucht, Stoß zu über Pentate. Kommt in die Strecke, Rodriguez hat die Leid. Stone switcht in die Insel, hier kommt Rodriguez. Wir haben eine 3-Way-Bite für die Leid. Das wird gut sein. Stone hit Rodriguez. Martinez kann nicht aus der Weg. Und jetzt ist er in Stone. Stone und Martinez sind unlockt zusammen, und beide Autos sind auf Feuer. Wir haben eine Reden-Plag, und eine Emergency-Cruise versuchen, die Autos zu erreichen. Oh Mann, das sieht schlecht aus. Hm. Äh, hier noch irgendwo was? Hier ist ein Füchschen. Ich hab keine Ahnung, wo man so ein... Radio oder was auch immer... Ich geh jetzt einfach mal von einem Radio aus. Ich weiß es nicht. Aber wo soll man sonst eine Kassette oder ein Tape abspielen können? Ja... Warum geht's auch nicht weiter? Puh! Hahaha! Hier ist hier irgendwo etwas abspielbares. Die Sklaven helfen uns ja auch nicht weiter. Oder wenn ich dieses Tape Das war das. Kann man auch nicht hier reinziehen. Missionskritisch. Eine Kassette. Womit spielt man denn eine Kassette? In einem Abspiel. Aber wo finde ich alles? Wir reden jetzt auch nicht mehr mit einem. Du hast auch nichts mehr. Es ist gut zu sehen, dich wieder zu sehen. Was? Nicht... Alles klar. Bleib nur ein Augenblick während du schaust. Okay? Er hat auch nichts. Ja, ich check's einfach wieder. Cool, super. Super. Hier habe ich schon alles durchsucht. Keep moving Rangers. Tschüss. Kann Steel Trap... Wie heißt dieser eine nochmal? D-Sharp? Kann die uns vielleicht noch irgendwas sagen? Ich habe keine Ahnung. Äh... Ja, das ist ja die Frage, ob man das Ding irgendwo hier abspielen muss. Muss ich dafür noch irgendwie jemanden umlegen oder so? Das ist echt komisch. Das ist echt komisch. Das ist echt komisch. Das ist jetzt halt die Frage. Wo kann man so ein Ding finden? Das äh... So ein Tonband abspielen. Hm... Laborausstattung geht auch nix. Ja, da geht das Tür einfach nur zu. Okay, da kann man auch nix. Es ist bestimmt wieder so kack und dämlich versteckt, dass das eigentlich so offensichtlich und easy ist. Aber ich komme nicht drauf. Das ärgert mich jetzt, weil ich das schaffen will. Das ist, äh... Was ist denn da? Was ist das? Nein, nein, nein. Ja, ich bin der Atmarin. Nein, 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 nein. Das war die Zerang. Die Firma kann nicht glauben, dass wir eigentlich groß sind. Die Firma-Store haben vielleicht oft auf dem Weg, aber ein paar neue Blutstains, aber das gibt uns nur den Platz Charakter. Hm. Schavierig, schavierig. Um den Patriarch zu stürchen, bla bla bla. Ich meine, rein theoretisch könnte ich einfach so da reinmarschieren und alle kalt machen. Aber das wollen wir ja nicht. Ich möchte das jetzt mal so schaffen. Meine Befüß! Du bist mit mir gesagt! Ich habe mir gebetet. Das ist ein Baby Master, aber ich bin einfach glücklich. Get it? Who? Shit, Cordite? Uh, you're not still mad at me, are you? I don't even remember you. Oh, well, uh, I asked you a question last time and you got mad. I won't ask you again, but can I ask your friends? I don't give a damn. Thanks. Uh, so hey, you're kind of hot. But how would you like me to take your picture? Oh, uh, all of you. You're all so tough and dangerous and I got a tent nearby if you want to get comfortable. Oh, okay. Okay? So... Ah! How do you have that? I thought I hit that where... It belongs to you. What is that? No, no, no! I've never seen that tape in my life! I don't know what you're talking about. No, 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 no! Please! Don't hurt me! Here! Here's the camera you can play the tape on. Just watch it in the playback window. It's... It's... Uh... Well, I... I've kind of got a thing for Liberty Buchanan. She's so... Commanding. You know? Every time she comes out of her compound, I try to sneak some footage out of her too. Uh... Uh... Watch later. Dude. So one time, I was following her around and I shot her talking to Steel Trap and... Well, if the other gangs heard what Steel Trap said about them... Boom! You know? Like, big! I was gonna show it to the Payasso Boss. Lecharito. The next time Steel Trap picked on me, but... Uh... Anyway... You've got it now. Ha! Nice! Doch noch geschafft! Lull und so einfach. Ja! Dann, äh... Ab zu den Payassos. Och, doch noch hingekriegt. Mein Gott, ich war schon echt am verzweifeln. Du Clowns, denkst du lustig? Die einzige... Okay, das ist alte Nachrichten wieder. Was willst du jetzt? Ähm... Du? Hast du meine Leben? Ha! Du bist über Kunt-Hair, von dir selbst selbst getötet. Wie zur Hölle bist du mich? Wir haben eine Aufnahme, die beweist, dass Steel Trap manchmal in die Payasso-Kanonfutter machen wollten. Schau sie dir an. Ähm... Wenn du keine Beweise sehen willst, dass Steel Trap vorhat, dich an den Patriarchen zu verfüttern, ist es... Was weißt du? Vielleicht sollten wir stattdessen ordentlich verdreschen. Du was? Lass mich das sehen, Pendejos! Übergebt, äh... Le... 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 Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.